hallöchen ihr den alle vielen und willkommen zurück bei fallout 670 wastelanders ihr lieben wo es weiter geht hier mit den nächsten täglichen und wöchentlichen score aufgaben ja es ist wieder das event hier um den lieben gram am start das fleisch habapa party und so beginnen wir doch mal damit was zumindest die anderen so was immer hier haben wir nix ja ich schaue einfach mal so lange ich hier nichts machen kann weil ich einfach nichts habe gucke ich doch mal was eigentlich die sache ist heute es sind heute mehr ques anlässlich des events es gilt den foto modus benutzen werden nicht an der gruppe bin das level abzureichen die goldstein challenge zu beenden das event 1 erhebchen dreimal zu wenden gramps fleisch aber einmal ein event sowie die tägliche operation fünf alkoholische getränke kippen und ein event beenden das haben wir jetzt schon gemacht wunderbar kammerjäger t65 legarm ich freue mich direkt mal fett überladen so wenn es auch beendet so das ganze ding hier muss ich wöchentlich fünf abschließen so belieben charlie muku outfit gekocht war ok ich habe das muku outfit will ich wissen wie das aussieht ich will es wissen wie der gewonnene unter tagebau gasmaske oh gott kommt sie an ja ich habe ja es steht ihm nichts oh gott ne komm hier das ist ja also schäm dich so das muss nicht sein so aber es passt gut habe ich doch irgendwie irgendwas irgendwie hier bekommen was neues genau dann passt das ja soweit aber doch hier das erst erledigt ich würde sagen ich gucke noch mal hier nach der tägliche operation die ist ja noch zu beenden und so vermittlungsgerät machen wir da weiter gehen wir rein schau mal so ich bin immer noch irgendwie dezent überladen ich müsste mal was fressen hier noch kipp dir mal alkohol rein und das fleisch wunderbar alle hier noch nicht ganz aber gleich wie sagen gönne ich uns mal hier eine fette lunchbox und so weil ihr seid so wie wenig geskillt ich bin optimal geskillt ich bin optimal geskillt ok ok ja ich gönne uns mal so einmal zweimal 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 und alle guten dinge sind vier hallo ich liebe zuschauer ich grüße ich schön dass du da bist dann muss reinschauen so ihr lieben alles gut kann man anfangen würde ich sagen gell frisch EP für alle dann wer war da so was ist denn eigentlich überhaupt hier Sache ist Doyle weiße Berührung okay STILLE STEHEN DIE Ja STILLE 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 stehen die ja schon die mudeln da haben scheiß drauf reparieren gehen Alles klar und deutlich. Ihr müsst jetzt das erste Gerät aufspüren können. So, machen wir doch das mal. Signal des Verbindungsgeräts wird übertragen. Achtet auf Feinde. Ist weg hier. Wenn alle hierbleiben, ist das eine schnelle Sache. Typ. Werde eigentlich hier diese scheiß Warnbarke hingestellt? Meine Fresse. So, von hier. Kommt keiner. Hier haben wir doch einer. Oh, ich hasse all die Berührungen. Scheiße, der war. Okay. Läuft zu weit. Dann geht's weiter. Aber wir sind noch nicht fertig. Geh zum anderen Gerät. So. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum meine HP so dermaßen hier am rumspinnen ist. Das ist echt ätzend grad. Ich brauche nur 20 Prozent. Perfekt. Das Signal des zweiten Geräts kommt durch. Aber wir sind noch nicht fertig. Bleib dran. So. Wunderbar. Läuft zu weit, ne? Muss ich sagen. Das ist easy. So. Dann machen wir sie weg hier. Die Linne. So. Das müssen eigentlich alle hier bleiben, ne? Okay. So. Oh. Oh, Junge, oh. Jumpe. Die Verbindung steht. Und liefert schon gute Information. Offenbar gibt es eine ernste Bedrohung in eurer Nähe. Seid auf alles gefasst. Ja. I'm ready. So, gehen wir hin. Und hauen sie weg. So, nicht verlaufen, nicht verlaufen, nicht verlaufen, nicht verlaufen. Sieht nach Ärger aus. Okay. Räumt da richtig auf. Dann sehen wir, was sie verstecken. Jetzt ist wieder die Scheiße überall unten drunter, ne? Und unten drauf. Okay. Das hasse ich halt, ne? Ja. Na, irgendwie so am... Himmelssinten nicht rauskommen. Ah, scheiße. Die Anzeigen hier spiel verrückt. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir müssen es ausschalten. Sofort. Aufgeschaltet. Mission erfüllt. So, 15.30. Wir haben einen bedeutenden Vorteil verschaffen. Ihr seid der Stolz der Bruderschaft. War. Super. Okay. Schauen wir mal, was dabei rumkam. Fünf legendäre Scheine, ein legendärer Kern. Kann man ja auch spähe Rüstung. Legendes Bein verdeckte Einsätze. Einstern. Stärken. T65. Rechte Arm. Zwei Sterne. Pfeifen. Dunkeln. Ja, gut. Gut. Zwei legendären Gegner. Und das Level Up. Das Gleiche. Wür ich sagen, gehe ich mal hier nach West Tech und guck mal, wie es hier ist. Wie es hier ausschaut. Erlebt noch alles. Okay, ist nicht mehr viel. Jetzt hast du einmal hier durch und dann ist das Level Up am Starten. Bada boom. Bada bam. Bada bam. Oh, jetzt kommt die auch noch. Oh, leck. Hey, Pamela. Das ist so ein Timing, hey? Das glaubst du aber. Die Scheiße hier. Das ist so eine Kacke. Schwächer. Das ist so stressig, ne, mit denen. Jetzt pibbeln die da rum. Ja, Herrgott. Junge, okay. Okay. Dann holen wir den runter. Und level up. 373 Glückwunsch, mein Lieber. Ich freue mich. Sehr schön. So, wo ist jetzt die Kiste hingesprungen? Da. Nehmen wir den jetzt. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Wohl. Sehr gut. Gut, das haben wir. Das heißt, das Algorodische Tränk, die zwei legendären Gegner noch. So, dann machen wir es doch. Oh, Kinders. Ja, komm runter. Danke dir. Ja, die Anomalie ist schon tot, mein Lieber. Das ist cool. So, was haben wir hier? Nachtaktiv, Gatling Plasma. Schauen, höhlt sich bei Nacht. Ah, wirklich. Gut. Haben wir das. Dann nur noch die alkoholischen Getränke und das Einzelhäppchen. Komm, da scheiße ich drauf. Das ist mir Hube. So, Suff braucht der Herr. Die Falle der Herr. Oh, Einzelhäppchen, komm. Neh mal mit. Nein, 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 nein. Alter, geh doch hin jetzt. So. Dann, der Fairness halber, das Camp hier aktivieren. Damit hier Platz ist. Und dann holen wir den mal her. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir diese fucking Maulwurstratten, ne? Was ist das? Ja, ey, ihr Pimmel. Ihr Dreckspiecher. Fahrt doch alle zur Hölle, ihr Lutscher. Uh, uh, uh. Was ist denn hier? So. Ja, guais, das lobe ich mir. Es gibt nämlich Säure in Massen. Und ja, guais in Massen. In Wolfis. In Massen. Aber primär hier die ja, guais, ne? Ja, 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 alles gut. Alles gut. Oh, holy, 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 jungen, jungen. So, heilung. So, und weiter geht's. Ja, komm her. Oh, Alter. Diese Pisspiecher, diese... Ex-Maulwurfsratten, verpisst euch doch, ihr Pimmel. Hey, schlacht euch. Oh, ich bin hier am richtigen Spot. Ich bin hier am richtigen Spot. Oh, 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 oh. Junge. Kommst nicht rauf hier, du Null. Oh, es gibt so viel. Säure und so ein Scheiß. Zwar jede Menge. Jede, jede Menge. Okay. Ja, komm. Fickt euch doch. Wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schlöcher. Ganz im Ernst, ich hasse die Viecher. Was glaubst du aber? Scheiße hier. Oh, leckum hier. So, wo ist jetzt diese gefährliche 1er-Bestie? Wo, wo, wo? Komm, trau dich. Trau dich. Komm, dahin. Was ist denn du für ein gefährliches Fickvieh? Gut. Gut. Okay. Gut. Machen wir das. Wunderbar. Wenigstens 1 und so. Die restlichen weg hier. Wie sagen wir immer alles haben, kann ich mein Camp hinsetzen. Und so. So, hier. Komm, auf geht's. So. Wunderbar. Guck mal. Entschuldigung, sorry. Die wurde gekillt beim Campaufbau. Direkt hier eingeklemmt. So muss es sein. So nicht anders. Und zwar Thomas anders. Und dann ab. Reiner mit. Alles viel zu schwer. Das auch. So. Wollte ich sagen. Grill ich erst mal. Jede Menge. Ja, ich freue mich. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Gell, ihr Lieben? Fühlt euch wieder heim. Bedient euch. Passt das? Ist doch in Ordnung. Gut. Aber ich würde sagen, die anderen, ne? Ganz im Ernst, die, äh. Das mache ich nicht. So. Eigentlich wollte ich mir ein Kippen gehen, ne? Schauen wir mal. So. Urlaub. Mein Lieber, ich brauche Stoff. Okay, das gönne ich mir. Den Wodka gönne ich mir. Glaubt mir, das mache ich jetzt. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Mal gucken, ob hier irgendwas rumsteht. Glaub nicht. Dann habe ich noch irgendwas hier drin. An ALK. noch ein Ballistik-Bock. Ansonsten nichts. Okay. Gut, dann. Kippe ich mir hier nochmal rein. So. So. Alla hopp. Mein Lieber. Oh, ist da was stehen? Ist alles leer, ne? Du bist dann eingetrunken. So. Alla hopp hier. Bourbon. Und dann passt das. Dann haben wir es. Mega. Okay. Cool. Rang. 92. Am Start. Wie gesagt, Einzelhäppchen. Das, äh. Ne. Machen wir nicht. Jetzt meine 50 Punkte. Die schenke ich mir. Würde ich sagen, geht zurück ins Camp. Und dann gucke ich mal, was hier bei rumkam. Sodele. Gut. Ich meine, es ist ja einiges schon gewesen, ne? Seit der letzten Folge. Ich glaube, anderthalb Wochen. Woche und sowas. Schauen wir doch mal. Es hat sich einiges getan. Rang 92. Heute erreicht. Gucken wir doch mal. Ja, genau. Es gibt einiges zum Eikassieren. 92. 99, 90. 088, 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 088. Für Rang 81 gab es die Kronkokken. Die hebe ich mir auf. Rang 82 gibt nochmal fünf legendäre Module. Was war hier eigentlich? Nikola-Poster, das nehmen wir auch mal mit. Alle gleich. Rang 83 gibt die Tragekapazitätskiste. booster an 84 gab ein foto icon gedöhnt rang 85 gab ein skillcard paket und als first mitglied noch die lunchbox drei stück dann gibt es der tapferer ellie star ein schwert okay gut was auch 87 neuen lunchboxen als nächstes die erleuchtete meint lackierung dann noch mal 250 legendär erscheinen sehr schön für an 90 fragen 91 und jetzt fragen 90 150 atome 91 nochmal 250 goldbarren holy moly und fragen 92 alle stars rucksack nehme ich auch mit wunderbar haben es auch aufgeholt okay nicht mehr viel acht ränge und dann sind wir durch was ist das jetzt hier für ein schwertchen kann ich das nämlich kraft dieses he-man schwert oder wie oder werde wo oder was lasst du dann kannst du mitnehmen können ja alles cool die pfefferbüchse habe ich noch aber was ist denn hier alle das ist ja mega pfefferbüchse habe ich noch nicht ich hoffe dass ich dich ich hoffe dass jetzt noch während der fleischwoche bekomme denn damit hätte ich auf jeden fall auch noch was vor genauso wie mit dem ackebeil ich habe etwas geplant so es gab ziemlich gutes dafür kann man nicht mehr kann dann schaue ich mal alter ist alle hier am sterben alle qualvoll drauf gegangen gut das kennt man schon dass nichts neues ich mache immer zu sieht man das trauerspiel nicht gelb so zum abschluss was das interessiert mich jetzt schon ist das bauen fünf klingen waffen zwei da schießschmerz ein saunig oder das ist immer rot oder was oder wie ich check's nicht ich check's nicht keine ahnung ich weiß nicht ich habe keine ahnung muss noch mal gucken so ihr lieben auf jeden fall soll es das für heute mit fallout 76 gewesen sein ich jetzt pinkeln und switch dann rüber in fallout 4 und dann geht es dort den lieben langen abend weiter also bis gleich 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 Vielen Dank.